Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha BG. Zum ersten Mal habe ich heute eine Diamond Hooker für euch im Review. Wir hatten ja schon viele ähnliche, aber viele von euch wollten auch mal was zu einer Diamond hören. Deswegen haben wir heute die Huracan 11 CLR Edition. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Es gibt aber auch sehr, sehr oft zum Beispiel bis zu 25% Rabatt. Falls ich einen Rabattcode habe, blende ich euch den jetzt mal hier ein. Falls da jetzt nichts steht, habe ich leider gerade keinen Rabattcode für euch. Aber es gibt sie oft mit bis zu 25% Rabatt. Also wenn ihr euch nicht super dringend eine Pfeife kaufen wollt, würde ich euch raten, ein kleines bisschen zu warten und zu gucken, wann man da ein kleines Schnäppchen machen kann. Die Pfeife kommt in einem Komplettset. Das heißt, ihr habt vier Anschlüsse direkt mit dabei. Ihr habt einen Kopf, ihr habt einen Kaminaufsatz, ihr habt eine Zange, ihr habt vier Schlauchhalter, ihr habt einen Schlauch und ein Mundstück dabei. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr nice. Kann man denke ich aber auch bei 240 Euro in dieser Kategorie auf jeden Fall erwarten. Ich habe mir genau die von Diamond ausgesucht, weil mir Diamond oft ein kleines bisschen zu groß und ein kleines bisschen zu massiv ist. Wenn ihr da drauf steht, ist das sehr, sehr nice. Für mich ist das in der Regel eher nichts. Generell wisst ihr ja, ich bin nicht der größte Fan von Vierschlauchpfeifen, aber da ihr oft gesagt habt, Marvin, mach doch mal mehr zu Vierschlauchpfeifen, dachte ich mir, komm, wir schnappen uns mal eine Diamond. Das ist einfach so ein persönliches Ding. Das soll gar nicht negativ gewertet gegenüber der Pfeife oder der ganzen Kategorie sein. Ich bin eher der Meinung, jeder sollte sich eine eigene Pfeife anmachen und die genauso machen, wie er möchte. Aber ich weiß, dass viele eben gerne mit den Jungs oder mit den Mädels an einer Pfeife zusammenrauchen. Deswegen heute das nächste Review zu einer Vierschlauchpfeife. Ich habe mir eben genau die ausgesucht, weil sie, finde ich, für eine Diamond Hooker sehr, sehr schlicht und, also nicht schlicht, ich meine, es ist immer noch ein auffälliges Design, aber nicht so riesig, nicht so massiv rüberkommt. Sie ist für eine große Vierschlauchpfeife doch etwas schmaler. Und das gefällt mir ziemlich gut. Für das Komplettset 240 Euro kann man auf jeden Fall schon einiges erwarten. Ob die Pfeife das alles erfüllt, das gucken wir uns jetzt bei unseren Review-Punkten an. Angefangen, wie immer, mit der Verarbeitung. Die Verarbeitung ist echt okay. Sie ist kein Weltwunder. Sie ist genau das, was ich erwarten würde für 240 Euro. Es könnte vielleicht noch einen Ticken geiler sein. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich stören, die aber eigentlich kein großes Problem sind. Die Gewinde laufen sehr, sehr gut. Die Schliffanschlüsse funktionieren sehr, sehr gut. Ihr habt oben noch einen Tellerschliff. Ihr habt an jedem Schlauchanschluss natürlich einen Schliff. Und ihr habt einen Klick-Base-Anschluss. Also Base-to-Bowl ist mit einem Klick-Anschluss gelöst. Und wir haben einen abnehmbaren Diffusor, was auch immer nice to have ist, falls jemand mit Diffusor rauchen will und andere vielleicht nicht. Auf jeden Fall gibt es eine Kleinigkeit, die mich ein bisschen bei der Verarbeitung stört. Und das ist hier bei diesem Sleeve. Wir haben ja hier das innenliegende goldgefärbte Rohr. Übrigens natürlich alles Edelstahl. Die Schlauchanschlüsse sind in derselben Farbe goldgefärbt. Ist ein sehr, sehr cooler Farbakzent. Mit dem Anthrazit und dem Rauchsäulensleeve von der Base und von den Schlauchanschlüssen. Und dann eben dem goldenen Akzent. Innen die Rauchsäule, die Schlauchanschlüsse und auch hier oben nochmal an dem Schliffanschluss und der Kopfadapter. Und das Taucher und der Diffusor goldgefärbt. Finde ich sehr, sehr geil. Die Farbkombi haben wir ja so schon mal bei der The Hooker gesehen. Da hat mir das ja auch schon sehr, sehr gut gefallen und holt mich auch hier wieder ab. Aber Kleinigkeit bei der Verarbeitung. Jetzt bin ich schon viel zu viel aufs Design eingegangen. Kleinigkeit bei der Verarbeitung. Bei diesem Sleeve hier merkt man, dass die Kanten nicht super schön entgratet sind. Auf der einen Seite ist das natürlich nicht schön. Auf der anderen Seite solltet ihr ja eh eure Pfeife nicht hier greifen, sondern unten an der Bowl. Und wer sitzt die ganze Zeit da und fährt hier mit dem Finger drüber. Von daher ist es eigentlich kein großes Problem. Es wäre schöner, wenn es gemacht worden wäre. Ich kann aber auch verstehen, dass jetzt gesagt wurde, komm, da muss ich jetzt nicht noch mal jemand in der Produktion hinsetzen. Und eine Viertelstunde pro Pfeife hier filigran diese ganzen Ausfräsungen entgraten. Das wäre, glaube ich, eine ziemlich beschissene Arbeit gewesen. Von daher kann ich es verstehen. Also keine Ahnung, wenn man das noch dazu machen würde und dann nochmal einen Mitarbeiter eine Stunde bezahlen muss, geht dann nochmal der Stückpreis pro Pfeife hoch. Und ich kann es nachvollziehen. Sagen wir es einfach so. Ich kann es wirklich nachvollziehen. Und der Rest von der Pfeife ist sehr nice verarbeitet. Gewinne laufen wunderbar, Schliffe laufen wunderbar. Das passt alles. Die Bowl sieht auch sehr, sehr cool aus. Wir haben hier oben einmal so einen kleinen konkaben Part drin. Dann haben wir nochmal einen sehr konkaben Part, der dann nach unten nochmal ein bisschen hinausläuft in diesen Standfuß. Finde ich sehr, sehr cool. Man kann den Wasserstand praktisch genau bis zu dieser Kante hier machen. Was ich auch immer cool finde, wenn im Design von der Bowl so eine Kleinigkeit mit eingebaut wurde, dass man sieht, wie der Wasserstand sein muss. Es aber nicht einfach nur irgendwie so ein Strich oder sowas ist. Also nicht sowas komplett Obvious mäßiges. Das gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Also Verarbeitung ist für 240 Euro keine positive Überraschung, aber auf jeden Fall sehr gelungen. Beim Design habe ich ja glaube ich eben schon eine Menge vorweggenommen. Für mich eine der schönsten Pfeifen von Diamond Hooker, dadurch, dass sie eben nicht unglaublich massiv ist und für eine große Vierschlauchpfeife doch ein wenig filigraner gehalten ist. Die Farbkombi gefällt mir unglaublich gut und ich mag auch irgendwie dieses Design von dieser ausgefrästen Rauchsäule bzw. von dem Sleeve von der Rauchsäule. Man kann das jetzt nicht wechseln, also es gibt keine Wechselsleeves oder so, aber man hat eben auf der Innenseite einmal das durchgängige Rohr, was dann eure Rauchsäule ist und nochmal das Sleeve außenrum. Mit diesen Ausfräsungen und mit der innenliegenden goldenen Rauchsäule sieht das einfach sehr, sehr cool aus. Also optisch holt mich die Pfeife auf jeden Fall ab. Abgesehen davon, dass es eine Vierschlauchpfeife ist, was ich persönlich halt nicht so mag. Kommen wir zum wichtigsten Punkt bei jeder Pfeife, das Rauchverhalten. Bei der Optik müsst ihr ja immer wissen, ob euch das gefällt. Ich kann euch da nochmal kurz was zu erzählen. Aber beim Rauchverhalten, da kann ich euch wirklich sagen, wie ist es? Und es ist gut. Es funktioniert wirklich gut. Durchzug ist sehr, sehr angenehm. Entlüften geht auch einfach. Denkt dran, ich habe gerade die Kugel raus. Aber auch, wenn ich hier mal umstecke und dann den einen zuhalte, also aus dem Anschluss hier hatte ich die Kugel raus. Wenn ich den jetzt zuhalte und ziehe, habe ich praktisch den Durchzug mit einer Kugel drin. Da merkt man auf jeden Fall, dass mit der Kugel definitiv ein bisschen Durchzug flöten geht. Ich würde euch raten, wenn ihr die Pfeife alleine raucht, raucht ihr auch immer einfach ohne Kugel. Dann habt ihr direkt nochmal anderthalb Durchzugspunkte auf der Skala mehr. Ohne Kugel würde ich sagen, ist die Pfeife so eine 8,5. Mit Kugel ist die Pfeife so eine 7,5. Und an der Stelle muss ich einfach kurz was sagen. Es scheinen immer noch sehr, sehr viele Leute generell 4-Schlauchpfeifen vom Durchzug fast 1 zu 1 mit Pfeifen mit nur einem Anschluss zu vergleichen. Das ist aber leider nicht ganz fair. Ich verstehe, woher es kommt und warum man es macht, aber man kann es eigentlich nicht 1 zu 1 so machen. Das Problem ist, bei einer 4-Schlauchpfeife, die mit 4 Leuten geraucht werden kann, muss ja immer irgendein System verbaut sein, das verhindert, dass sie aus den anderen Schlauchanschlüssen Luft zieht. A.k.a. die Kugel im Schlauchanschluss. Natürlich kostet das immer Durchzug. Und das ist auch genau das Problem von der Edition 4 Premium und von der Pro X2. Wenn man noch entlüften können will, was bei der übrigens nicht geht, das geht nur bei den eben genannten zwei Pfeifen, dann muss da ja noch mehr verbaut sein. Und diese Systeme, die dazwischen hängen, sei es nur eine Kugel oder ein APS oder ein Perch Pro wie bei Steamoo, dann kostet das immer ein wenig Durchzug. Das ist ganz normal. Also eine 4-Schlauchpfeife zu bauen, die diese ganzen Systeme verbaut haben könnte und noch richtig krassen Durchzug rauszuholen, das funktioniert eigentlich nicht. Das heißt, die Pfeifen mit dem besten Durchzug werden immer die sein, die entweder von vornherein schon eine 1-Schlauchpfeife sind oder ohne Kugel geraucht werden. Das ist einfach so, da kann man nicht viel dran ändern. Jedenfalls, der Durchzug ohne Kugel wirklich sehr nice, mit Kugel immer noch okay und so wie das halt ist, wenn da noch eine Kugel mit dabei ist. Wenn man keine Kugel drin hat, kann man entlüften. Die Pfeife hat natürlich auch ein Close-Chamber-System, funktioniert auch relativ easy. Aufgrund von der Bowlform braucht man da manchmal anderthalb Lungenladungen, um die Bowl komplett zu entlüften, funktioniert aber trotzdem sehr, sehr gut. Close-Chamber heißt übrigens nur, dass der Rauch nochmal umgelenkt wird. Früher war ja eine Base ausgehöhlt, dann ging der Rauch sozusagen diagonal in die Base, dann gab es sehr viele Rauchverwirbelungen und man konnte nicht so schön entlüften, beziehungsweise man hat den alten, abgestandenen Rauch nicht so schnell aus der Bowl bekommen. Wenn ihr einen Close-Chamber habt, wird das Ganze von diagonal nochmal auf senkrecht umgelenkt und so könnt ihr dann richtig schön den Rauch unten aus der Bowl raushebeln. Das haben wir hier auf jeden Fall auch am Start. Ist mittlerweile, finde ich, ein absolutes Standard-Feature. Sollte an Bord sein, ist es ja aber auch. Verarbeitung, okay. Design, für mich persönlich sehr, sehr schön. Da müsst ihr wissen, was euch gefällt. Könnt ihr auch mal gucken, wenn ihr sagt, oh ja, das ist zu schmal, das Ding. Dann guckt vielleicht mal nach den anderen Diamond-Dingern, die sind deutlich massiver. Super. Durchzug, Entlüften, auch sehr, sehr easy. Alles in allem, finde ich, ein gutes Paket für 240 Euro. Schaut euch da mal um, vielleicht gefällt euch da ja die ein oder andere Pfeife. Falls ihr schon eine Diamond Hooker getestet habt oder sogar die getestet habt, lasst mir gerne noch einen Kommentar da. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank.